Dieses hängende Trockengestell ist praktisch, kompakt, ideal zum Trocknen von Wäsche im Badezimmer oder auch auf dem Balkon. Es ist besonders hochwertig, weshalb es fünf Jahre Garantie hat. Die Arme lassen sich leicht einstellen und gewährleisten, dass das Trockengestell ganz waagerecht von allen bis zu elf Zentimeter dicken Türen, Geländern und Wänden herunterhängt. Es hat ein intelligentes Sicherungssystem, das die letzte Einstellung beibehält, so dass Sie es beim nächsten Mal sofort wieder aufhängen können. Das Trockengestell ist ideal zum Trocknen kleiner Wäschemengen und für feine Wäsche, die Sie lieber nicht in den Trockner stecken möchten. Obwohl es so kompakt ist, haben Sie viereinhalb Meter Platz zum Trocknen und das Gestell kann insgesamt 7,5 Kilo Wäsche tragen. Ein weiterer Vorteil, der Teil der Arme, der mit Tür, Geländer oder Wand in Kontakt kommt, ist mit einem Schutzmaterial verkleidet, um Beschädigungen zu vermeiden. Und zum Schluss lässt sich das Trockengestell leicht wieder zusammenklappen, so dass Sie es schnell verstauen können.